Steig mit ein, sei dabei, wenn wir Cruisern fahren. Wir haben Spaß, geben Gas auf der Autobahn. Wir sind Verrückte und tun Dinge, die sonst keiner tut. Das ist unsere Tuning-Szene. Wir haben Benzin im Blut. Ladies and Party People, heute mal ein Stunt-Renn-Special. Wir fahren die Stunt-Renn-Party 10. Ja, Brülle is a race. Starbuck ist da. Jawohl. Heißt Starbuck vs. Brülli. Der Bessere verliert. Wie immer. Bleib in Italy unterwegs. Ich habe einen kleinen Vorteil. Ich kann besser fahren. Sollte ihr ein Video geguckt? Du kommst, hab ich dir den Wuppe vom Tü. Hey, wie immer. Ich bin dein Best-Friend. Ich bin dein Best-Friend. Ich bin dein Best-Friend. Ich bin dein Best-Friend. Ja, von heute. Ja, ich bin dein Best-Friend. Ja, ich bin dein Best-Friend. Brülli gegen den Rest der Welt. Und raf immer, wer gewonnen hat. Aber verraten sie dir. Kannst du gucken. Was für Quimm nicht das machen. Ja, ist das mein best-Friend. Oh Gott. Alter, was war das? Stomach hacked, Stomach hacked! Ich bin da voll wahnsinnig gerade weggesprengt worden. Oh, man, du bist hier. Oh, ja. Oh, ja. Du bist aber wieder überführend. Ja? Danke, Abach! Woohoo! Baby, duig! Ah, zuke! Hey, hey, hey! Junge! Allein mal auf der rechten Spur, da wo die Kriecher fahren! Ungeheuerlich hier, was soll das denn? Spitzwort! Oh, ich weiß nicht, ob das so gut wird gleich! Oh! Oh, ja! Noch! Wo bist du? Ja, ich bin da, wo ich hingehöre, auf der Straße! Oh, ja! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Wow! Wow! Nein, fliech da runter, fliech da runter! Hey, hey! Leck mich fett, leck mich fett! So, geh da oben, ne? Ja, geh, geh da oben, geh! Ja, geh, 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 geh da oben! Bist doch leise! Ja, geh, 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 geh! Oh, ja! Wir steuern uns auch nicht! Oh! 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 Ich komme! Oh! Oh! Ja, wenn er oben geht, muss er irgendwann mal wieder runterkommen, ne? Jetzt komm mal runter, da! Oh, warte auf mich! Ich glaube da auch gar nicht hier, ey! De heckt? De heckt? Nein! Tschüss, Tabak! Nein! Scheiße! Nein! Einmal auf der Maschine. Ja, ne? Nein! Alter! Wir sehen uns richtig, Alter! Riecht Fabio jetzt mein Rending oder was? Alles klar, Baby! Er wieder! Er wieder! In de Mix! Immer da gleich mit dem! Wo willst du hin? Du musst doch immer alles gut machen hier! Oh! Wo ist er? Da kommt er! Da kommt er! Wo will er hin? Ich krieg die Kamera nicht mehr so hoch rein! Oh! Gedreht! Weiter geht's! Ab in die Stadt! Ja! 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 Back! 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 Oh! Oh! Der Speedlooping! Ey, nicht, ey, komm! Kein Winschatten! Ich komm mal! Ey, ich verlob! Oh! 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 Ja! Oh! 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 Ich war halt unten im reinen Herde-Kameraden, ey! The Speedlooping! Oh! 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 Ich habe mit knapp nichts zu tun! Ich habe mit knapp nichts zu tun! Ich habe mit knapp nichts zu tun, ich habe mit den Knalldauch! Oh! Dirale Stimme, aber in de mix! Du kannst mal dein Auto tunen, dann ist er auch ein bisschen schneller hier, ich muss einfach vom Gas! Oh, nicht mit einem Windschatten! Spirale! Spirale! Weg! Musiknummer! Scheiße! Ja, wie ich schon gesagt habe, der Bessere verliert! Wo bleibt sie denn? Falsche Richtung! Ich habe keine Ahnung! Mein Looping war kaputt! So, looping ganz schnell! Ab durch die Röhre! Ich bin da! Ohne Hunkelkurve! Nimm den Winx! Wuhu! Hahaha! So, Ziel gerade! Ja, 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 ja! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Boop! Boop! Ich finde es lustig, wa? Dann muss ich da nochmal drüber! Die Fischdose zieht, ach nee! Starbuck zieht das Video wieder voll in die Länge hier! Oh, okay! Und da, ja? Ich will so gut nach! Joa! Wie hab' ich denn weckerrrrrllrrrrrr gewumpt? Da ist ein Auto! Äh, dein Auto ist klar! Relaktiv langsam! Ziel gerade! So, jetzt geben wir mal Gubi hier. Leck mich fest! Oh, drüber! Hallo! Ja, wie ich schon gesagt, der Bessere verliert! Ja, seine Fischdose gegönnt! Ja, schön! Mir gefällt's auch! In diesem Sinne, Bonusrennen! Yo! Ist noch einer dabei gekommen, der Lolflo ist mal wieder mit dabei. Seit einem halben Jahr mal wieder, glaube ich. So, wir fahren direkt die wilde 13 hinterher. Ihr kennt's noch von der 5-Fall-Rund-Challenge. Noch gar nicht so lange her. Aber Starbuck ist ja heute mal wieder Special-Gast. Ist das Rennen noch nicht gefahren, also ab geht die Party! In the mix! Oh! Mit Winch hat man dann noch mal nicht geplant hier! Oh! Jama-Tag! Habt mich! Sarai, du musst deine Autonomie tunen! Das ist voll noch gut! Jaa, das ist echt! Jeder kommt drüber! Ja, ja! Jeder kommt drüber genau! Wo jeder Treffgefahr hat, ist, wenn der Tomis rübergekommen war. Jaa, das war Zufall! Ich muss ja mit dem LOL-Flow kämpfen jetzt! Erzähl doch mal den LOL-Flow! Ich bin ein Star, hole mich hier raus! Schön, ja! In diesem Moment haben wir dann die Star war gerade mit irgendjemandem telefoniert. Ja, 10 Minuten! 10 Minuten? So lange fahren wir ja schon hier, ey! Boah, nein! Ja! Da ist doch so ein Ziel kaputt! Da, wo man das reinsteckt! Alter, da, wo man das reinsteckt! Hör mal! Steht! Ja, dann preis, ob die Leute geführt haben! Wuh! Ich vergesse halt immer wieder! Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin! Ich hab mir das reinsteckt! 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 Ich kann ja alles rausschneiden hier, nur weil du da Telefongespräche führst mit dem Rennen. Ja okay, meine Freundin hört, du guckst das ähnlich, also von daher ist das egal. Wie heißt deine Freundin? Aber Schatz, falls du es doch guckst, es tut mir leid. Glaub dir kein Wort. Boah, gleich kommt noch eine Runde, Alter. Ich bin jetzt vorne im Looping. Scheiße, blande, du musst da mal ein sein, siehst du? Doch, du musst ein, sonst springst du zu weit. Boah! Boah! So, Ring frei, Runde 2. Die Partybeamle sind dabei. Darf ich nicht mal auf meine Freunde warten? Ja, wie Ausrede wahrscheinlich. Wie Ausrede. Bei mir warst du doch auch, die sagst du noch brennlich kaputt. Wer ist der Erster? Der Erster rennt. Guck mal. Ja, ich hab doch gesagt, da hast du gewartet. Und ich fand das so schön, ich wollte da nochmal drüber springen. Ja, genau. Von der Auffassung. Das ist ein geiles Ring. Man soll das denn ja da auch gewartet werden. Darauf haben wir gewartet? Oh, Looping! Ra, ra, rapapa! Oh, wie hoch der noch hier? Ra, rala! Ra, rala! La, 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 la! Ra, la, 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 la! Weißt du echt, ich kann, warright, äh – wo denn? Das ist laut, Brüro! Ja, ha, ha. Will ich mir mal angucken, wie er dann kann? Und Boom, Prostar kaputt. Oh, ist das denn? Äh! Das ist ein B-Massi, ich glaube wir lang! Die Spitzball! So nicht! Ah, ich komm gleich mal ab! Ich bin ganz schnell wieder bei dir, Alter! Oh page, ja ja, hypi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi I do! Kein Weg... Kein Wegsteine kommen jetzt die R vinylwenden, rohle! Ja, Sie sollen 365※ Was heißt ihr da? Ihr wisst doch, wenn es zwei nicht schneit, rollt sich der Brülli. Hallo! Jetzt war er noch die Glocke. Wow, da tut sie auch hier. Der ist genau hinter mir, der schiebt mich hier weg, ich kriege die Krise hier! Aber sag mal! Wo seid ihr? Über dir! Über dir! Über dir! Wow! Auflohn! Auflohn! Schweine! Das ist doch Witz hier! Ich habe gewonnen, die dritte. Können aufhören! Applaus, Applaus! Deine Mutter sieht aus, sieht aus! Mann, wie gemein! War ich nicht erst mal? Ja, mach ich die wieder! Ich bin erst am Tag. Wie war er? Woaah! Wo was ich denn hier? Wow. Und so wie was! Ja! Ja, du dumm Fisch! Wow! Wow! Du bist auch so das Spielhäle, wir spitz haben. Ja, das ist auch so viel. Wow! Ja, alle. Da, egal, nein, nein! Wow! No, no, no... Junge 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 Wauw! Danke! Danke! Wo ist er? Wow! Wie ich? Er springt mir auf den Kopf, um zu sagen, du bist eine Sau! Ich glaube, Leica kann's gut da in den Mix, ey! Alter, was ist der Looping, was ist der bei dir? Wow! Was mach ich denn hier, ey? Ich bin besoffen! Ja, Uhr, ey, wir sind jetzt, ne? Wir kommen in 10 Minuten wieder. Ja, in diesem Sinne, Dankeschön! Und, wir haben ja Gewinnerorgane gezeichnet! Junge, so geht das ja mal nicht! Muss ja in einem Video werden! Oh! Aus LOL-Flow wird jetzt der LOL-Affe! Okay! Ist ja gar... Ja, in diesem Sinne! Congratulations! Congratulations, LOL-Flow für den ersten! DJ Wendler für die schnellste Runde! Und Viehstose als Gewinner für den dritten Platz! Daumen hoch! Wir sehen uns morgen! Dankeschön! Auf Prillisön! Auf idé! Aussel justamente! Das war für die Technik erstmal so Vielen Dank.